Nach dem katastrophalen 13. Part heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario 64 Part 14. Mario ist dann sehr erschöpft von dem 13. Part, also gönnen wir ihm mal ein Schläfchen. Okay, Schläfchen fertig. Ja, dann sammeln wir noch vier Sternchen, die hoffentlich nichts mit roten Münzen zu tun haben. Frostbeulenfrust, gehe zum Eifsee. Ja, die Mission müsste jetzt eigentlich schnell gehen. Aber wenn ich es verschaue, dann... ...verdammt. Ich mag die Mission nicht. Hab sie aber geschafft. Und hier haben wir unseren Stern. Ging schneller als erwartet. Drei Sterne noch. Ich glaube, jetzt müssen wir die roten Münzen holen. Machen wir gleich nochmal was da drin. Ja, ich finde die acht roten Münzen. Ich glaube, in dieser Welt gibt es Men. Eins. Zwei. 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 Für die anderen brauchen wir noch den Koopa-Panzer, den finden wir in dem anderen Block. Sieben! Und schon haben wir alle! Heute klappt alles sehr gut, also bis jetzt. Zwei Sterne noch! Ich glaube, jetzt müssen wir ins Iglu. Schau ihm Iglu nach! Zuerst holen wir wieder unseren Koopa-Panzer. Und dann schauen wir ihm Iglu nach! Ups! Ups! Ach nee! Wenn man beide tötet, ohne raufzukommen, muss man das Level neu starten. Ich glaube, ich hab's versaut, Leute! Gibt es noch einen Ausweg? 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 Ja! 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 Okay! Ja! Müssen wir es halt nochmal tun, deswegen mag ich solche Missionen nicht. Ja, hoffentlich schaffen wir es jetzt. Ich habe nur eines aus. Und ich habe es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch zum Iglu. Das ist hier oben. Es ist zugegebenermaßen ein sehr kleines Iglu. Ein wirklich kleines Iglu. Der Schein kann drüben. Hier oben ist unser Stern. Jetzt müssen wir uns durch das Labyrinth kämpfen. Das ist hier oben. Das ist hier oben. Der Schein hat sich ausgezahlt, dass wir diese Mütze geholt haben. So, jetzt können wir hier hindurch. Und ein Stern noch. Wo machen wir es? Wir machen es in der Feuerwelt, denke ich. Lava Laguna. Ja, in dieser Welt ist es auch sehr einfach. Das sind nämlich alle auf einem Fleck. Hier seht ihr sie. Jetzt besteht zwar die Gefahr, dass man da reinfliegt, aber... ein Bowser... ein Bowser-Pupstel. Und schon geschafft. Und schon geschafft. Nun können wir die Tür öffnen. Ja, wir haben schon unter einer Minute. Du hast 50 Power-Sterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern im dritten Stock öffnen. Hast du bereits eine Salter-Paläste gefunden? Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Ja, haben wir. So, und wieder sowas. Dann fangen wir ihn halt. Das ist auch nicht so leicht. Okay. Ja, und schon wieder ein Stern. Ich glaube, es gibt zwei Hasen, die uns was gibt. Ja, jetzt aber schnell ab zum... Äh... Ich glaube, es gibt zwei Hasen, die uns was gibt. Zum Tor. Dann können wir in den nächsten Stock eintreten. Wird das in der dritte Pause sein? Habe ich's gleich durchgespielt? Das erfahrt ihr nächste Woche. Okay, hier ist die Tür. Okay. Eine Uhr. Hm. Ein bisschen klein. Hey, eine Treppe. Ach nee, nicht schon wieder. Zum ersten... Zum... Endlosen Vergnügen benötigst du 70 Sterne. Ha hu ha. Hey, geht doch. Ja. Tutu. Na ja, das ist aber eine endlose Treppe. Man kann eh... Man kann... Man kann... Man kann erst oben ankommen, wenn man 70 Sterne hat. Also noch 90 Sterne. Aha. Ja, hier oben ist der dritte Bowser. Und der letzte... Hm. Wie spät haben wir denn? Ja, das ist auch eine Welt. Äh, diese Welt gibt es in Mario Kart DS auch als Rennstrecke. Tic-Tac-Trauma. Rolle den Kerl. Eine sehr gefährliche Welt. killed. Den... Unten lauert der Tod. Also wenn man runter fliegt... Ist man geschüchtert. Wir sehen immer, dass sich die Schrauben bewegen, wenn sich das dreht. Ich würde sagen, wir holen noch den Stern und dann beenden wir den Park. Ja, wir haben wirklich heute viele Sterne gesammelt, sechs Sterne insgesamt, das reicht für einen Part. Ja, dann sehen wir uns in Part 15 wieder, danke fürs Einschalten, Leute.